Wer war, wer da ist, ist da. Wollte ich gerade sagen, wer kommt, wer kommt. Alle Jahre wieder dürfen auch die guten Vorsätze fürs nächste Jahr nicht fehlen. Und dass die wirklich klappen, die Tipps und Tricks, die haben wir heute für Sie in der Sendung. Um 16 Uhr bei Hallo Hessen.